Guten Morgen Leute, es ist der nächste Tag. Willkommen zu einem neuen Video, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt... Ich bin herzlich willkommen. Ja, okay. Das ist für ein krasses Video heute. Ja Leute. Das ist für ein langes Video heute. Ja. Erstmal sind wir jetzt kurz einkaufen hier in einem Supermarkt. Also alles ist hier schon in Halloween-Stimmung. Alles einfach geschnippt. Jetzt shoppen wir hier eine Runde und dann geht es los. Ich finde es gerade irgendwie richtig cool hier so rumzuspazieren, weil die Leute halt einfach deren Alltag so. Die kaufen hier jetzt entspannt ein. Die Leute sind einfach so cool drauf hier. Die Leute machen hier ihren Wocheneinkauf wohl am Sonntag, wa? Es ist nämlich Sonntag. Ja. Hier sieht es gut aus. Hier suchen wir uns erstmal was Leckeres aus. Ich würde sagen, wir kommen hier morgen auf, morgen früh hin. Wir holen uns die Sachen frisch. Morgen haben wir nämlich wieder eine Reise vor uns. Das ist einfach so ein riesen Supermarkt. Was ist das? Alles was das Herz begehrt. Ich muss hier mal nur 0,5 machen, damit man das überhaupt draufkriegt. Was ist das? Es kann ja auch so crazy Sachen. Das Herz aller Naschkatzen geht jetzt auf, glaube ich. Ist schon? Nice. Was ist das? Pudding-Snack? Es gibt richtig fancy Sachen. Am liebsten alle ausprobieren, aber gar keine Chance. Einfach so fette Dinger, Alter. Arizona in, was weiß ich, 20 Liter oder so. Man kriegt sich noch einen ganzen Tag nur im Supermarkt. Ein ganzes Video nur. Ja. Auch wie die Produkte so dargestellt werden. Die sehen auch so irgendwie anders aus. Guck mal, Mini-Fashion. Umherz. Ja, wir sind gut. Oh mein Gott. Willkommen. Willkommen. Wo ist denn gut? Wow, wow, wow! Hey Leute, wir gehen hier schon seit, keine Ahnung, 10 Minuten oder so und es ist schon hier, ist schon krass bunt. Vielleicht gibt es hier schon sehr krasse Sachen, aber ich glaube, wir sind nicht mal richtig drin. Ich freue mich übertrieben drauf. Leute, da ist diese Kugel. Universal Studios. Crazy, crazy. Jetzt geht's rein, let's go. Ich freue mich übertrieben, ich freue mich wie ein Kind. Ohne Spaß, das ist glaube ich richtig richtig geil. Wir sind den ganzen Tag über hier und das Video dreht sich auch nur um Universal Studios. Mehr nicht. Hier sind die Harry Potter begeistert, schon angezogen. Hört ihr das, Leute, das von Jurassic Park? Ich freue mich aber, wo wir jetzt hingehen, ne? Wir gehen einfach erstmal in der Muffin da. Kung Fu Panda. Hier geht's Richtung Harry Potter, Leute. Ach, riesig. Let's go, lass rein. Ja, 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 ja. Hogwarts Express. Die Szene geht raus an alle Harry Potter Fans. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Harry Potter liebt. Von dieser Musik. Ah, egal. Da hat es jemand geschafft, Leute, die Tür gibt uns so. Jemand hat es geschafft. Hey, geht die Tür jetzt auf oder nicht? Ich glaube, das war's. Das ist doch geil, oder? Ey Leute, ich glaube, das wird wirklich ein langes Video, aber... Ich glaube, ich kann es nicht glauben, da ist einfach Hogwarts. Wir gehen jetzt wieder auf eine Achterbahn. Hogwarts Express heißt das, glaube ich. Wow, die Schlange ist, glaube ich, ein bisschen lang. Darauf gehen wir jetzt. Hä? Strom alle, oder? Ich glaube, das ist nicht normal. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Ladies and gentlemen, this is Benjamin. We apologize for the continued delay. We're working hard to resolve the situation and hope to have your vehicles moving shortly. For your safety, please remain seated with your hands and feet inside the vehicle. Once again, we apologize for the delay and thank you for your patience. Es geht gleich weiter, dir. Bleibt mit euren Füßen und euren Händen. Ja, wo sollen die sonst hin? Leute, aber das sieht im Hintergrund so geil aus, ne? Hogwarts so groß, ne? Hey, wir gehen jetzt rein, ne? Ich kann's nicht fassen. Ja, was ist das denn hier? Warum so dunkel? Warum ist das hier so voll? Wir müssen deine Taschen, glaube ich, hier einsperren. Ehrlich? Ich weiß nicht, wohin wir gerade gehen, aber es ist extrem dunkel gerade. Was passiert hier denn? Wir sind von den Menschen, was im Dunkeln? Nee. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier wollen. Wir fahren ja irgendwas, aber keine Ahnung was. Ja, ich fühle mich wirklich wie im Film. Ich auch. Ne? Ich hab das, was hier in der Füße gedreht, ne? Ja, ja. Hier ist Poppen voll und dunkel. Auf jeden Fall. Gruselig. Es wird hell. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. 70 Minuten war Wartezeit. Ja, wahrscheinlich. Das sieht auch so aus, ne? Aber wir stehen, glaube ich, schon eine halbe Stunde stehen wir schon, ne? Geisteskrank wie voll das hier ist, ne? Nein. Gleich gehen wir hier irgendwo rein, aber keine Ahnung was das sein soll. Ich hoffe, wir sind dann dran direkt. Reicht langsam. Sieht aber auch irgendwie aus wie Jurassic Park hier, ne? Ja. Ja. Wie im Film, ne? Ja. Ja. Ja, Mann. Oh, das ist ein Rai, wir sind rum. Wir sind rum. Wir sind rum. Mein Prinz lost the dragon. Again. Oh. Yes. Well, I'm sure we'll find a Peron Gavion with gas. Let's just hope it doesn't burn down the armor like last time. Sounds like yet another clear violation of the Warlocks invention. Also, we're at the Dumbledore. We're at the Dumbledore. We're shorting your visit. You may encounter all manner of things not common. To get you there, we have to sneak out the castle. Just way am I, doesn't it? All you have to do is meet me in the room of requirement. From there, we'll flight down to bunch of caution. Of course, it might even imagine. So, is it like ... Remember the room of requirement? See? That wasn't so bad, was it? Ah, look at the door! Leute, wir nehmen, glaube ich, so extrem viel auf, aber es ist alles einfach zum Aufnehmen, geil. Wir sind jetzt dran. Ey, wie geil ist das denn, Mann? Wir steigen gleich da ein, ey. Ey, Leute, wir sitzen einfach hin. Ich kann mich wie ein kleines Kind da. Ich kann mich nicht aufnehmen, Leute. Was? Was? Nein. Nein. Schöne. Nein, 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 nein. Nein, das fühlt sich so echt an. Wie krank ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Schwerpunkt. Schwerpunkt auf dem Weg. Nein! Ja, das ist es. Oh! Alter! Alter! Ich war ein bisschen! Ich war ein bisschen! Ach du Scheiße! Nein! Nein! Alter! Alter! We made it! To the Great Hall! Waaaay! Thanks everybody! You have heard it! We've shown great bravery! Feel free to return to Hogwarts any time! Now! I'm clearing up a bit! Oh! And don't forget to retrieve your stove belongings! Lest you want to confiscate! By Mr. Phil... Leute, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber wir gehen jetzt gleich direkt nochmal rein! Das war so geil! Das war das Krasseste, was ich je gemacht habe! So geil! Hey, direkt nochmal! Diesmal packen wir das Handy direkt in die nächsten Seite! Genau! Das war wirklich geisteskrank, ne? Also das war wirklich... Der Eintritt, ne? Dieser Universal-Studio-Eintritt hat sich... Wir sind bei der ersten Runde und bei der zweiten Runde haben wir das Handy komplett weggepackt! Das Eintritt Das war so krank! Also es war so krank! Wir sind einfach komplett durch Hogwarts durchgeflogen! Und alle Charaktere irgendwie gesehen! Und das war wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Das hat sich auch so angefühlt, ne? Wir sind wirklich so hochgeflogen, runtergeflogen! Du hast so einen richtig freien Fall gefühlt im Bauch! Ja, ja hatte man auch! Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo wir gerade runterfallen! Also wir hatten ja immer so Bildschwürmer! Aber wir sind ja wirklich durch irgendwas durchgefahren! Wir hatten wirklich... Der Bauch hat gekribbelt! Wir hatten so einen freien Fall! Aber wohin? Keine Ahnung! Das war richtig geil! Also Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt! Wenn ihr irgendwann nach Amerika kommt! Geht in die Universal Studios! Und fahrt durch Hogwarts! Oder fliegt durch Hogwarts! Ja, sehr gut! Ja, wir verlassen jetzt Hogwarts! Oder Harry Potter! Gehen erstmal raus und gucken, was wir so finden! Ich war hier gelohnt, Leute! Willkommen zu Springfield! Die Simpsons! Äh... Simpsons! Boah! Crazy! An alle Simpsons-Fans! Here you go! Krusty Burger! Ey, wie cool ist das bitte! Wie bunt! Wie bunt! Das ist so groß hier, ne? So, jetzt machen wir hier so eine Studiotour! Wait Time! 30 Minuten! Wir müssen jetzt also eine halbe Stunde warten! Es ist auch sehr voll! Aber auf jeden Fall kommen immer solche Wagen! Und mit denen fahren wir dann durch irgendwelche Filmsets und so! Richtig cool! Wir gehen jetzt hier durch die Schlange und hinten sieht man einfach einen Leib! Gleich sind wir dran und wir haben so eine... Ja, wir haben so eine 3D-Brille mitgenommen! Jo, passt! Wir steigen jetzt ein! Wir sind im Käfig! Der Vogel ist im Käfig! Boah, was für eine Aussicht wir haben! Hallo, everyone! Welcome to the Universal Studios Tour! Danke! Oder ich verstehe kein Wort Englisch, Alter! Haha! Können wir auf Deutsch, bitte! Wir sind unterwegs! Ich glaube, hier sind die Filmstudios! Ach so, Tonstudios! Hier sind die Tonstudios erst mal! Hat sie wohl gesagt! An sein... Adravia mir übersetzt! Das Ding gibt es hier seit 1939, ne? Seitdem wir hier wohl gedreht! Also ja, die ganze Planung und alles für den in diesen kleinen Häusern hier stand! Für die Vorarbeit vom Dreh! Leute, ich glaube, hier ist einfach New York nachgestellt! Ich glaube, wir können da heute nicht durchfahren, weil da gedreht wird! Und da werden verschiedene Städte, von Großstädten bis kleinen Dörfern, sag ich mal, so nachgestellt! Ich glaube, das hier ist natürlich New York! Und in den Filmen denkt man, dass es einfach eine Wohngebung ist! Aber das ist einfach nur künstlich hergestellt! Sind das überhaupt richtige Gebäude? Oder nur so Pappe-mäßig? Ich glaube, da ist auch nichts drin! Das sind einfach künstliche Städte, Leute! Das ist einfach künstlich! Jetzt gehen wir in die Kingkong-Welt mit unseren 3D-Brillen! Ich hoffe, man kann das auch! Das ist gerade so gruselig! Ich habe Angst, dass jetzt irgendwas kommt! Einmal arschdunkeln! Oh shit, no! Hau ab, Alter! Man muss festhalten! Das wackelt hier so krass, Leute, im Auto! Ich bin nass geworden! Hau ab, Digga! Nicht mit mir! Oh, da ist er! Kingkong! Alter! Oh, Alter! Nein! Hau ab, Digga! Nein! Ja, das ist hier auch so ein Freifall, Mann! Nee! Nee! Sauber! Oh! Kingkong, du King, Alter! Er hat uns gerettet! Hey! Hey! Oh! Nein! Ich bin dein Freund, Mann! Ich bin dein Freund! Ich bin dein Freund! Ich bin dein Freund, Alter! Man denkt wirklich, man ist da mittendrin! Hier sind die Autos quasi aus dem Filmen! Ja, klar! Da ist es, Alter! Da ist es! Boa, Alter! Die Carra, Dattie, Boat von uns! Und, finally, auf einmal gewittert es hier oh mein gott was zur Hölle alter hier ist so eine richtig künstliche Stadt so fahren wir hier die ganze Zeit entlang vier Waggons und ein Fahrer das Schwabiler Fahrer bitte oh shit jetzt geht es wieder los jetzt wird es wieder los es wackelt sogar im Bus so richtig heftig die Frau spielt mit aha da neun 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ah das ist steig ein bisschen gescheuert neun neun Leute, auf dem Bildschirm wird auch immer gezeigt, wofür diese Location genutzt wird. Guckt euch das mal an. Das sind einfach nachgestellte Häuser. Ich glaube, die eine Straße ist nicht getan, weil da immer gedreht wird. Der Leer wird da gedreht, der Ted wird da gedreht. Der Leer wird da gedreht. Ja, jetzt haben wir die Autos von der Star Wars. Die Musik hat da. Ich fühle mich gerade an. Ja, das war es. Hey Norman, wenn du jetzt... Ich bin jetzt nicht so schön. Ich glaube, das ist ein Job. Das ist verrückt. Vielen Dank für alle auf der Tram. Aber es sieht aus, dass wir alle gemacht haben. Vielen Dank. Aber ich bin nicht sicher, dass alle auf dem Plan gemacht haben. Wir haben jetzt unsere War of the World-Sets. War of the World-Sets. War of the World-Sets wurde von Steven Spielberg und es starfte Tom Cruise. Und hier, um ein bisschen darüber zu erzählen, ist der Direktor... Das ist wirklich keinem. Die Filmszene wurde kaputt. Hey BD, ist was jeder? Ja. Ich glaube, der ist hängen geblieben. Ja, so... Wir gehen jetzt wieder hervor rein, ey. Oh, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hau auf, Alter. Nicht schon wieder, Mann. Ja, Fast & Furious. Das Auto ist von Fast & Furious. Ja, safe Fast & Furious. Ja, safe Fast & Furious. So, cool where you can. Marendal! Everybody out! The FBI! Turn the music off! Roman Pierce! That's right, party's over. You know how long I took that irony shirt, man? I'm not... You're in arrest right now! Let's back up a little bit. Slightly. So, we can't guarantee your safety. Carry team, my safety? I'm the one holding the gun. Yeah, the lines are a whole lot bigger than yours. Um, Escort, this guy always had. Short Tracer. Driver, move that vehicle. Somebody is real interesting. I don't know anything. I've put my gloves on today. Thank you, man! This is our turn. This is our turn! This is our turn! This is our turn! Das war wirklich cool. Unsere Tour ist fertig und so viele Menschen kommen hier raus, heftig. Mario wird sich auch so krank geil aussehen. Am liebsten würde ich da selber drin spielen irgendwie. Ich selber als Mario. Fancy. Jetzt sind wir hier in dem unteren Bereich der Universal Studios. Hier gibt es Jurassic Park, Moomy und Transformers. Wir wollen jetzt Richtung Jurassic Park. Hier gibt es auch so eine Wasserbahn. Das sieht so real aus. All of this. Alright, thanks for your help. Okay, who is next? Easy. Let's back it up. Now Blue is not the only Velociraptor we have here. Ah, gehen wir jetzt rein. 80 Minuten müssen wir warten, ey. Das ist wirklich hart. Nein, sieht schon aus wie Jurassic World. Nach zwei Stunden sind wir jetzt rein. Ich hoffe, es lohnt sich auch, ey. Zwei Stunden, ey. Unglaublich. Ich glaube, wir werden richtig nass. Leute, wir fahren die nur fünf bis zehn Minuten. Wir sind gespannt. Ja, das Ding ist, Leute, ich werde richtig nass. Hier ist schon richtig... Hier ist... Wo ich sitze, ist schon nass. Ich kann nur nass werden. Es geht los. Nein. Wie geil ist das denn? Haben wir das Parkgewarze? Ja. Diese Türen und so. Das war's für heute. Nein, die werden jetzt schon nass. Was macht er da? Hau ab, Alter. Wir haben aber jetzt hier so nass, ne? Geil! Oh mein Gott! Das wird so was von nass, ne? Ach du Scheiße! Ist vorbei! Ist vorbei! Handy direkt wegschmeißen! Lassau, listen to me! Do not panic! Put your hands inside the ball. A slight squirt, we will set these animals off. Lass! Lass! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Richtig nass, Simon! Mein Arsch ist nass! Oh mein Gott! Mein Arsch ist einfach übertrieben nass! Ja! Ey, wir sind einfach im Bunken im Wasser! Ja! Mein Arsch ist richtig nass! Da ist der Vogel! Da ist der Vogel! Sag ich nicht, der springt jetzt rüber! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal wie nass ich bin. Das war sehr unheimlich. Wir haben zwei schon gewandt und ich weggeschnurfen weg. Aber war geil, war geil. War richtig geil. Das zum Thema, sein Arsch ist nass. Oh Mann, das hätte aber länger gehen müssen. Das ist wirklich sehr traurig. Ich hab auch richtig schon erwartet. Alter. Dieser eine Dinosaurier vor uns, der war heftig. Und auf einmal voll der Abgrund. Das war richtig Abgrund. Ich dachte beim runterfliegen so scheiße. Dann hat mir voll Leid getan, weil er kann sowas gar nicht ab. So mit Bauchkribbeln und so. Dieser Typ hat so ein Mini-Boot in der Hand. Jetzt gehen wir Richtung Transformers. Also wir sind jetzt auf den Single Rider reingegangen. Wenn wir Glück haben, kommen wir trotzdem zusammen. Aber wenn nicht, wir warten ja trotzdem. Wenn wir nicht zusammensitzen, aber auch in einer Fahrt sind. Weißt du? Ja, ja, ja. Leute, wir sitzen drin. Ich glaube, hier sollte man eigentlich Handy weglassen, aber... Schatz, ich glaube, man muss sich schon festhalten. Warte, ich bin. Und jeder sollte hier clashen. Und jeder sollte ich hier warten. Immer wieder nach uns. Das ist los. Ich bin dann hier oben. Ich bin. Entferne. Oh, ich bin jetzt hier. Ich bin dann hier oben. Der King! Der King! What the f**k is going on here? Der Tung-Rick-Danser! What the f**k? Oh! Megatron! Reverse thrusters! Ja, ja, stop du Vixxer! F**k! Come and find your way out of here! Your planet belongs to me! Take care! Oh, ah, nein! What the f**k? Ah! Nein! No! No! Nein! Hey! Hey! No! Oh, sh**! No! Nice shot! No! We're hit! You're in the chimney! Everybody okay? Yeah! Optimus! 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 You're in the chimney! Yeah! What do we do? No! Just dropping in! Ah! What do we do? I beg for mercy! Never! No more running recruits! He wants the offspark? He can have it! Ah! No! No! Ah! 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 Because we're... That's fine! You were Getsata вечern. Woooo... I'm impressed. I'm super excited! So good... Nope! Nice! It was crazy. Ich glaube, du war kranker als den Harry Potter. Mehr als Jurassic Park auch? Aber nein, Harry Potter war so Dings. Da war wirklich Achterbahn. Es war auch viel Achterbahn. Ja, aber das ging so wegen 3D-Effekten und so. Ja, ja, das 3D-Babacke. Ich glaube, ich habe so schnell meine Augenwax gebraucht. Oh, ich dachte, die Kinder fliegen mir wirklich mal. Ey, Leute, das war krank. Das war wirklich die Endstation. Ich will hier mal euch nachher noch mal ein Gesamtparzidat. Wir suchen uns jetzt was zum Futter an. Ich glaube, eine Stunde 30 haben wir noch ungefähr. Wir sind wieder hier bei Hogwarts. Und hier könnt ihr es vielleicht sehen. Besser beleuchtet wahrscheinlich. Eben gerade war, hat ja die Sonne voll auf die Kamera geknallt. So, Leute, wir haben uns jetzt hier einmal Nachos geholt. Mit Nachos! Und einmal Mac and Cheese. Also einfach Käse-Nudeln mit irgendwelchen Chips oben drauf. Und wir haben unsere coole Becher geholt. Leute, wir sind so blöd, ne? Ein Ding kostet 17 Dollar und da stand zwei für 16. Und wir dachten, zwei für 16, safe, nehmen wir mit. Wir dachten so, hä, wer ist denn so blöd? Es waren einfach 16 each, also 16 pro Becher. Jetzt haben wir jetzt einfach unnötig zwei Stück gekauft. Aber egal. Das lassen wir uns jetzt schmecken, hoffentlich. Also insgesamt jetzt 62 Dollar gekauft. Äh, ja. Ja, die haben jetzt schon 32 gekostet. Naja. Wir haben hier gerade gegessen, bei den Minion Café. Und hier ist es richtig bunt. Richtig, richtig bunt. Banana Cabana. Banana Cabana. Ja, das Tier sieht so aus. Super. Bunt. Genau was für Kinder. Genau was für uns. Genau was für uns. Nein, nein. Also wir spazieren jetzt so mit unseren coolen Bechern hier. Einfach so in der Hand. Für 32 Dollar. Für 32 Dollar. Right. You are right. Wir gehen jetzt zum Auto. Da ist jetzt ungefähr 17.40 Uhr oder so. Knapp. Ja, die ganzen Attraktionen sind ja im Auto. Ey, das ist so cool, ey. Hallo. Super gut. So, und nochmal. Hier ist ein Universal Studio. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Seem like every cat ain't gotta maintain the cat. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall.